Hallo und Willkommen zurück zu Rocket League mit dem Briggs Achso, ich sollte fahren Das verkack ich immer wieder, kann das sein? Da habe ich so einen leichten Fetisch Täglich grüßt das nur mit hier Ohne Doktor, weil Doktor hat leider noch einen Termin Bei der nächsten Folge ist er vielleicht Mitarbeiter So lange ist er halt mit mir und dem Briggs vornehmen Mal schauen, ob sie uns das verzeihen Das geht jetzt bei Hans Willkommen Ich meine, ich könnte euch auch den Wagengrund sagen, warum Doktor nicht kann Wolltet ihr den Weg schließen? Soll ich ihnen sagen? Bei 200 Likes Woher geht es heutzutage mit Berner Achso, bei 191,8 Likes mache ich Aber auch nur dann Nein, ich verrate den Wagengrund Achtung Aber er schreckt jetzt nicht Ich habe Doktor meine Ohrkuren zum Spaß heute überlassen Böse Unterstellung Und wenn Doktor Spaß hat, dann dauert das Dann lässt das richtig raus Ich glaube, Doktor versteht jetzt auch den Spaß Ich hoffe, dass ich auf den Sackkrieg Aber habe ich Geld für den Doktor gemacht Also so ist er nicht Soll ja auch mal seinen Spaß haben hier Oh, dass du den noch kriegst, ich hätte nicht gedacht Ich auch nicht Und dass der so blöd kommt, der hätte ich doppelt nicht gedacht Oh, da komme ich nicht dran Oh, ja Gut, anscheinend sind wir zu zweit Das ist kein Problem Wirklich? Ja, den hätte ich auch gehabt, auch gut Oh, ja Oh, ja Oh, ja Nice Assist Richtig, richtig gut haben wir das gemacht Okay Ich will kaum glauben, dass da wirklich wir spielen Haha Eigentlich sind wir das doch gar nicht Haha Wir haben Bots, spielen lassen, die sind besser als wir Ach, ja Von Mitte? Oh Nein Das gibt's doch nicht Oh, mit einer war auf, okay Jetzt fehlt dir ja auch noch Mensch Kann alles nicht wahr sein Hab ich Hab ich doch mal Aber richtig doof Oh, der war von mir da Macht nix, hab ich noch mal Sehr schön Aber ich hab kein Boost-Bär, ich hab kein Boost-Bär Ich hab jetzt wieder 6,30 Ich hab nix Oh, komm, 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 komm Entschuldigung Du und dein Pfosten-Abo Das ist leck Äh, hast du den? Ja Hm, gut Bier nach vorne zu bringen Bitte? Ja Oh Ich hab jetzt nicht damit gerechnet, dass er den hat Ja, ich hab den Pfosten wirklich abonniert hier in diesem Spiel Also Kann mir keiner erzählen, dass jemand öfter Pfosten trifft wie ich Das ist, es ist so nervig teilweise, ehrlich Ich glaub Ich glaub wir hätten viele Spiele gewonnen Oder einige Spiele mehr gewonnen Hätte ich den Pfosten nicht getroffen Das stimmt, der war Oh, der war hässlich vorgelegt Oh, schön Oh, den hab ich nicht, den hast du in der Oh, nee Ich hab den blenden doch gesprungen, doch kein Oh, der hat schon hier, weil er nochmal gesprungen ist Ich hab wieder traumvolle ich gegeben Von, von denen will anscheinend keiner Nö, irgendwie hab so keiner Lust gerade Oh Hm, hm 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 Jetzt aber Komm schon Sehr schön Es läuft, es läuft Na, gefühlten Achtmal daneben schießen Ja, kann man auch mal das Tor treffen Also ich glaub in der Bundesliga-Analyse wär das großes Thema Du fährst Alles Glock Gut, so gibt's das Diché Na Leute, was sagt die eigentlich zu Chillies neuer YouTube-Methode Er hat Versucht, den Stummfilm auf YouTube zu etablieren Du Arsch Aber Ich muss sagen, die Leute stehen auf Stummfilme Ja, siehst du man Oh, das ist liebens einfach der Doktor zuhören Das weich doch nicht so genau Doch, das war so hässlich Aber der Schwarz-Weiß hat gefehlt Das muss ich ja schon kritisieren Ja, das wollte ich eigentlich auch noch reinschneiden Da hab ich doch gedacht Ach komm, nee Das wird zu viel So ein Flimmern dazu Aber dafür ging auf einmal gestern wieder Minekraft Ich hab gesehen, du bist zu weit unten Nein Also gell, heute kam Minekraft betont komischerweise Ja Weiß auch nicht, wie du's machst Ich hab gezaubert Ich hab gezaubert Ich hab einfach gezaubert Hat's gemacht Hast du wahnsinnig fein gemacht Der Harry wär stolz auf dich Achso, und nicht heute kam, sondern für euch am Montag Für uns am Doktor Ich hab jetzt gerade so auf Oh, bitte! 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 Oh mein Hals, aber Was mach ich denn so eine Scheiße? Was? Was? Weil sie angeht, wie so ein Haus flottieren Essen ist fertig Dix! Essen ist fertig Dix! Komm auch Okay, bei Dann freue ich mich viel zu weit oben, Mensch Den sieb ich jetzt auf dem Boden So, keine Lust mehr Lass Danke Tchit, tchit, to the house Digga, ahn mal Wui Ja, kannst du dich auch auf den Kopf drehen? Könnte ich Oh Bin der Liga rauf Oh wow wow Ich nicht Aber eins ich braue noch, dann habe ich meinen blauen Stern wieder Alles klar, Männer, wir verlieren jetzt Habe ich nicht schlau gesagt, oder? Ne, ne Was? Komm, nur ein Rauschen an Ah, okay, gut Ja genau, das hab ich auf Ich hab mal kurz Ein Das ist gut Nichts Biest Nein, ich will ja auch, dass der Preaks in Braunstein hat Nicht, dass ich da wieder Ere kriege von manchen Leuten Dass ich irgendwie über mich beschwert wird, oder so, ja? Auf gar keinen Fall Oder irgendeine Nachbarin rufen Ey, ruhe da jetzt! Oh Oh Das sind Profis Das sehe ich von hier In den gleichen Namen Ja eben, deswegen Achso Das ist Tweet und Fittership Was drauf Was machst du denn? Was machst du denn? Nix 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 sinnvolles Ja, das ich Was anderes hätte ich jetzt auch von dir nicht erwartet, aber gut Das lässt du mal durchgehen Kommt bitte du Vogel Oh, der ist tot Oh, der fliegt ja überall dort drüber Jetzt trenn wir mal ein bisschen an Achso, Entschuldigung Kommt bitte Oh, sogar Weltklasse Schlecht Ich hab mich jetzt verwirrt, dass ihr ihn nochmal erwischt habt Ja, ich hab ihn fliegen sehen Hab ich gehört, gut Oh, ho, 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 der war auch wieder schlecht, aber den könntest du Nö, könntest du nicht Ja, da haben wir beide Oh, Alter, wir haben Schnee doch gekriegt Ja schön Das weiß ich auch nicht Da hat er seine Anhängerguckung ausgefahren, damit er den noch erwischt Oh, das war jetzt mauer Oh, das war jetzt mauer Diese beiden Kameras ist echt manchmal extrem verwirrend, gell Oh, ja Oh, jetzt vorn durch, vorn durch, vorn durch Oh, er hat nicht gekickt Ach, shit Er hat nicht Haha, ich hab mich mitgerast Die neue Taktik Ja Komm nach vorne Okay Ich hab ihn auch mal weggekriegt Aber der andere hat ihn Oh Jetzt hab ich ihn probiert Ja, aber der andere ist nicht so gefährlich Der andere ist nicht so gefährlich Kommt mir grad doch kurz blüht Ich fahr hier irgendwie an der Decke entlang Ich bin Spiderman Ja, das ist Brickster, neuer Spiderman Oh Oh Spider-Pick Spider-Pick Oh, yes Ich hab ihn auch noch mal Ach, jetzt verfehle ich ihn wieder Irgendwie hat es gestern ein bisschen besser geklappt Ich weiß auch nicht warum Nein So dämlich Oh, das war eine Fallage Ich hab ihn nicht in mich gekickt Ich hab ihn nicht weggekickt Er hat ein bisschen was von der Reise nach Jerusalem hier Ja, irgendwie hier Ja, irgendwie hier Nein, ich dachte, ich spring dir über ihn drüber Nein, dann geht er noch Oh, Fallage of your life. Nein, ich mach's nicht. Oh, du hast ihn in mich gekickt. Oh, sorry. Der kommt auf jeden Fall Victor. Nein! Jetzt doch, Mann! Komm! Oh. Ich weiß nicht, wie ich den an den Pfosten sammeln kann. Egal, egal. Oh. Oh, ich hab nen Autounfall. Ich hätte keinen Boost. Ach, nö. Das ist unsere brutale Effizienz vor dem Tor. Die ist uns immer erleichtert zu verteidigen. Ja, vor allem gefahren haben wir mit zwei. Oder wenn man halt mit Dochter spielen, zu dritten nach vorne, und keiner trifft das Tor. Wie geht so was? Boah, er hat zerstört. Boah. Da hinten sind wir dann offen wie ein Scheunentor. Boah. Ja. Besonders, weil nachher die Effizienz halt auch ... ... ... einfach mitbringen, ja. Diese komplette Effizienz. Hinten stehen wir gut, und vorne stehen wir noch besser. Genau. Wir sind einfach komplette Spieler. Eben. Wir können's einfach, ja. Das ist ... Aber zwei Minuten, zwei Null ist kein Null. Das ist unser Motto. So, wieso. Wenn man Pricks jetzt da mal noch weit raushaut. Ja, ich. Hab ja im letzten Spiel fast alles gemacht. Den steht immer einer im Tor. Ist zum Kotzen der Durst. Ja, das ist auch komisch, aber ist auch schlau. Hm. Oh ne, jetzt hat er den auch noch. Langsam gehen wir irgendwie auf dem Sender. Sie müsste auch Reaktionszeiten haben. Von ... ... ähm ... ... vom Tuor. ... gestammelt von der Katze ab. So. 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 Und schon wieder zurück. Das gibt's dort nicht. Weiß Tor. Er kommt. Nein. Jetzt aber. Sehr schön. Genau so war mein Plan. Wird nie was anderes von dir behaupten. War auch nicht der spitzeste Winkel oder so. Einer ist halt. Easy. Ich hatte auch noch einen. Zu. Ach ja. Äh. Der kommt hässlich. Ja. Aber den hab ich. Oh ja. Aber der steht schon wieder im Tor. Ach. Macht nix. Kommt noch mal zu den. Boah. Gut. Da wird ein bisschen höher. Wär halt schön gewesen. Kommt noch mal mit dir. Ja. Ja. Ach. Fast. Ach. Da kam ich nicht dran. Achtung. Der kommt zu uns. Mhm. Hmhm. Sehr schön. Oh. Oh 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 oh. Oh Oh Briefs. Nice. Schönes Ding. 2.22. Kursj acre늘. Ich weiß nicht wie wir's das immer wieder schaffen. Warte. Wir machen wir unsern. Booy ac ka puoy ac kaip one. Booy booy happy. Prozent um an der ganzen Welt Prozent Prozent das ist gehört du hast kommen das auch ja nur für die Juli ich habe keinen Stil also sind drauf zu kommen der Begriff ich habe Ich probiere es. Oh, schön. Nice, nice, nice. Der ganze Buu, der ist ein Depp, der kriegst. Das ist auch eine Verlängerung. Das ist schein. Achtung. Achtung. Nice. Ich hole einen Boost schnell. Ich bin dann vorbeigefahren. Oh, nice. Okay, kriegst du noch mal? Äh, nee. Aber die sind gerade nicht da. Oh, so. Ich habe mich verwirrt. Ja, jetzt sind sie doch da. Nein, das war... Nein, du. Oh, nö, 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 nö. Nicht so um Scheiß. Ich weiß auch, ehrlich gesagt, nicht, wie du die nach hinten geschossen kriegst. Das war fasziniert, zuzuschauen. Du hast Respekt. Das zeigt schon Corona. Das schafft nicht jeder. Beine vorwärts, sollte und nach hinten schießen. Also, ich bin begeistert von dir. Ja, du, das ist... Wer kann, der kann. Dann merkt man einfach, dass ich nicht so einen Skill habe wie du. Ach, ich würde sagen, wir spielen noch eins. So, dann spielen wir noch eins. Ach ja, wir sind das bei 14,30. Hallo. Alles easy, zerrupfen wir noch einen. Da werde ich erst mal warm zwischen den Glötenhöhlen. Gut, so, dann guckt wirklich keiner. Wobei, wenn sie es wüssten, wie geil es ist, würden sie es gucken. Eigentlich ja. Wir machen jetzt einfach Hashtag-Höden-Glöten. Okay. Das hätte ich lieber bei dir nicht gesagt. Irgendwas, du, es kommt da schon wieder. Ich, ich. Ah, das tut mir jetzt schon wieder weh. Ich habe mir den Bus geklaut. Sack. Am Arsch. Hau ab. Du Homba-Bomba. Und wir singen. Wann kennst du Fangesinger als Bremen? Du hast gar nichts zu feiern. Warte, du. Wir Bremer würden Bayern schön de Poppes rasieren. Und wir haben erstens Spieltag. Oder meinst du jetzt fantechnisch? Ich rede von Fantechnisch. Ach so. Ja, gut, spielerisch. Da müssen wir jetzt mal nicht drüber reden. Ja, das ist ganz klares. Also eigentlich hat Bremen gesagt, Ich hatte Hoffnung, dass ich vor dem Ball noch wegschließen kann. Der war neben mir und wir sehen, dass er springt. Ah, okay. Ich wollte gerade sagen, als ich abgehoben bin und ich nicht mehr gesehen habe, bist du doch gefahren. Oh! Jawohl. Nein! Du Rumpen! Und? Nein! Ich habe mich jetzt gerade verwirrt. Sorry. Ach so, Fallrückzieher habe ich perfektioniert. Mittlerweile bin ich hier voll auf. Oh shit, danke. Auch Fallrückzieher hängt über. Oh, 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 oh. Ich bin... Ja, nice. Ich freue mich da. Manchmal verwirrst du mich aber auch leicht. Äh, und das war jetzt nicht mehr. Ja, die Gegner mit dazu. Das ist ja auch richtig so. Das ist ja auch vollkommen okay, aber ich glaube, mich verwirrst du teilweise mehr, wie die Gegner. Ich verwirr für mich auch mich selbst teilweise ziemlich heftig. Ach so. Wenn ich wüsste, was ich halt dafür Knöpfe drücke, wäre es leichter. Okay, shit. Fix den. Uh. Sehr schön. Verrreter hast du dir nicht verdient. Ach, schon wieder genau auf seine Stau. Das gibt... Das gibt so nicht, dass ich jeden Ball... Er verzieht sich doch jetzt mal an. Was macht jetzt weiter? Diese blöde Pender, der verdient sich. Die Anna kuschelt sich doch ein. Mann, Mann, Mann. Ich hoffe, ihr habt Geschützkuschelein. Wart mal ab, wenn ich das... Nee, er hat jetzt mein Öl voll abbekommen. So richtig schön ins Gesicht. Ja, auf alle Fälle. Äh... Da kann man nicht schnell genug. Ja, ja, ist kein... Normalerweise kenne ich das aber von dir. Das war ein 1.0, der tat jetzt ein bisschen weh. Gibst du. So ein bisschen. Ein bisschen. Oh, das ist gut. Gib ich denn nicht. Nein, das tat mir weh, dass der Hund immer mal was davon erklaut. Oh, Mann. Ja, das weiß ich, Frau. Oh, 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 oh. Schi, 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 schi. Du hättest, ich glaube, du... Wie... Fick mich doch ab. Wie kann ich denn den noch an die Latte zimmern? Äh... Ups. Schreib mir was Leichteres. Beide Typen, einzigster Deppte. 3, 1, du fährst. 3, 1 ist... 0, 0. 0, 0. Ganz klar, der Rechnung. Ja, der trifft hierzu perfekt am Arschel. Der Hammer. Und ich verfehle ihn. Klar, kann man machen. Anruf. Jetzt schnell. Oh, jetzt mal. Oh, das... Oh, Mitte doch mal. Oh, da hab ich auch mal nicht dämlich. Sorry. Warte. Ich kam nicht schnell genug da hin. Weltklasse, guck, da ist das Ding an. das geht auf der anderen Seite da kann ich es ja nicht ich kann so sein wird genau so gut er kommt schon wieder zu uns was wir bei jetzt ein netvoller Kiffin bevor es auch mal läuft die Keine Wolle ich denke ich mit dir spiele desto mehr Unfug mache ich das muss an dir liegen ja genau an mir ich spiele hier hochkonzentriert ja kann über nichts anderes reden wie über Rocket League und ja und ja so ist das der kommt bitte der kommt bitte och nö hab ich erwischt den krieg ich auch nicht mehr da ist immer einer da von denen die kriegen den auch immer wieder aus ich komme geflogen du willst es aber auch gerade ein bisschen spannend machen du weißt wir liegen schon 5-1 hin wir müssen da nichts mehr spannend machen vorbei bye bye ich bin heut gut drauf ich weiß nicht ob man das merkt ja doch warst du gut wie gestern ja gestern ja doch gestern mittag war ich gut drauf gestern Abend war ich halt bloß ein bisschen schlecht geladen verstehe verstehe bis jetzt noch nicht warum aber es freut mich dass du keinen Spaß hast du Arsch ja ich hatte voll Spaß ja das glaub ich dir sogar ich kann mir das schon vorstellen die zwei auf der Kacke hehehehehe ja 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 schon Land reklamt den fisch mir am Donnerstag vor WAS sind aber auch gut drauf die Kollegen hier ja die sind ganz unabhängig davon dass wir denen ungefähr drei Tore geschenkt haben aber nein also du den drei Tore geschenkt ja 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 sü 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 das sind auch dicke Bros seh ich schon hier die haben die gleichen Kostüme ja eieieiei und Liga runter hehehe ne momentan eine Klasse anhalten das ist schon mal ok dann will ich sagen was ist für diese Folge wenn es euch gefallen hat sehen wir uns in der nächsten Folge so rum mein Deutsch ist wieder gedeutscht heute po 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 geil ähm haut da rein bis dahin und tschüss ciu Bis zum nächsten Mal.